Hallihallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Es war jetzt eine Weile ruhig auf meinem Kanal, aber ich habe prompt zur ersten Aufnahme meinen kleinen Frosch im Hals. Aber das soll sich jetzt wieder ändern, denn ich habe wieder Internet und ich habe eine neue Wohnung, die ist noch zum Teil etwas leer, aber es kommen demnächst noch ein paar Möbel. Immerhin habe ich seit vorgestern, das ist der 9. März, eine Küche. Ja, wie gesagt, Internet ist da, aber mein Internet ist langsamer als vorher. Ich habe irgendwie gerade eben mal gemessen, da hatte ich nur eine 6.000er Leitung im Download. Eigentlich kann es bis zu 12.000 sein. Gestern waren es zum Beispiel auch 11.000. Im Upload hatte ich irgendwie gerade eben über 1.000, aber ich glaube insgesamt ist es nicht stabil auf 1.000 oder auf 1.100. Deswegen wird ein Livestream wohl nicht mehr möglich sein, zumindest nicht Final Fantasy. Final Fantasy 14. Eventuell werde ich mal gucken und es mal testen mit Pokémon, aber nicht in nächster Zeit, denn es steht noch extrem viel an bei mir. Meine Wochenenden sind sehr verplant und der Umzug ist auch noch nicht ganz fertig. Ich habe kaum Lampen, wie gesagt, es kommen noch Möbel und irgendwie steht noch ein bisschen was ins Haus, aber aufnehmen will ich wieder. Ich werde jetzt gleich eine Aufnahme-Session Final Fantasy 14 anhängen, damit ich ab dem Wochenende, also jetzt 14. und 15. dass ihr ab da wieder in alter Gewohnheit, also samstags, sonntags, dienstags und donnerstags, irgendwann abends Folgen bekommt. Joa, ich hoffe das klappt. Heute ist Donnerstag, heute werde ich keine Folge mehr bringen, weil ich wie gesagt jetzt erst zum Aufnehmen komme. Eigentlich wollte ich gestern aufnehmen, aber da war ich bis 21 Uhr am Machen und dann ziemlich tot und bin nur noch ins Bett gefallen. Deswegen habe ich das leider nicht mehr geschafft und seit Montag habe ich halt erst wieder Internet und Montag und Dienstag musste ich aber sehr lang arbeiten. Außerdem ist die Woche auch noch Raid-Woche. Ach ne, wir raiden ja jetzt jede Woche. Hey, habe ich schon wieder fast vergessen. Ja, auf jeden Fall so sieht es aus. Ich bin also wieder am Start. Ich hoffe, ihr habt mich nicht zu sehr vermisst. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gelangweilt und ich hoffe, ihr guckt jetzt nicht alle irgendwelche anderen Projekte und habt jetzt gar keine Zeit mehr für mich. Das wäre sehr traurig. Ja, also dann wollte ich noch irgendwas sagen. Ich glaube nicht, das Video ist auch lang genug. Es soll ja nur zur Information dienen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, irgendwas, dann sagt mir Bescheid. Und wenn nicht, dann viel Spaß ab dem 14. März zurück in Final Fantasy XIV mit mir und der kleinen Noho. Also bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.